Macht nichts. Gehen wir jetzt damit rein oder nicht? Ja, was meint ihr? Was meinst du? Du bist weiter vorne. Ich habe gerade geholtert dafür, dass ich mir gesagt habe, wir gehen jetzt rein. Ja, dann gehen wir rein. Wenn wir jetzt noch einen Ping kriegen, wo die sind? Da unten. Einer nocked. Ja, einer ist hier im Haus. Unter uns. Hier. Down. Schön, Mann. Wir müssen jetzt mit einem Ben helfen. Ja, kommen wir von da oben. Ah, hier kommt einer zum Revival. Oder hier zappt irgendwo einer. Ich habe doch einen genockt, ihr habt einen genockt, der Letzter ist hier. Aber dann gleich. Hoffentlich. Hier oben. Da geht nichts rein, Alter. Ja, der Letzter ist da oben. Ist aber auch nicht gut gerade, Mann. Äh, was soll ich sagen? Ich würde hier gerade noch Leute am Jumpen und alles. Oh, hier ist noch mehr. Hauptsache, ich habe ihn Hops genommen. Okay, der eine ist disconnected. Ja. Okay, danke. Ich darf nicht, ich darf nicht da rein, Papa. Nein. Wir warten jetzt. So, bumm. Jetzt gehen wir rein. Jetzt haben wir die Top 5, jetzt habe ich die abgeschlossen, jetzt können wir feilen. Ja, oder soll man das echt komplett slow spielen? Auto. Links von uns sind glaube ich auch noch Gegner. Ja, einen genockt nehme ich. Das ist der Köder. Nein, 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 der ist genockt. Den habe ich gerade umgenockt. Komm nur nach am Auto. Bei mir ist noch einer hier. Am Auto, Auto. Da ist noch einer. Nice. Komm nur nach am Auto. Äh, hinter uns, oder? Ja, ich glaube schon. Nein, das ist Tobi, der da schießt. Okay. Am Auto hat Hit. Das geht euch gar nicht alles. Das ist ja Weltklasse. Oh, wir müssen Ben helfen, Sven. Komm, ey. Die sind da unten, unter uns. Also einer ist hier im Auto und einer noch dahinter. Ich sehe ihn sogar. Oh, zwei Miet. Ah, Granaten, 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 Granaten. Jede Menge. Granate zu. Gott sei Dank, wir sehen Drogen, danke. Oh, oh. Das wollte ich nicht tun. Nein! Ich darf auch da voll rein. Das ist blöd. Wollen wir die hier abaimen, oder? Wir müssen uns nicht drücken. Ich schaue wenigstens rein, um zu pushen. Ich schaue wenigstens rein, um zu pushen. Ich schaue wenigstens rein, um zu pushen. Ich würde sich rausgehen, wenn die, wenn die hier nicht, also... Helm nicht mehr rein. Die haben keinen dicken Schildzellen mehr, das suche ich gerade noch. Schade. Äh, ich habe zwei Stück noch. Ja, aber egal. Ist die übrig, oder was? Aber ich habe noch, äh, 18 von den anderen. Ah, von den kleinen. Ja, aber die kleinen dauern halt so lange, das ist mein Punkt. So, äh, wollen wir jetzt nach hinten raus, oder wollen wir uns hier versuchen reinzufalten? Das ist so ein bisschen die Frage. Ich will noch kurz meine Schilder appen, und dann bin ich ready. Ja, kommt gerade jemand. Ah, ihre. Königskid, Schilder unterwegs. Hitconnect, Hitbreak, Bridge Distraction ist richtig gut. Zwischen den Steinen da, könnte runter sein. Der ist knocked. Nein, ist, ist noch bei den Steinen. Oh, ist nicht knocked. Hä? Das sah bei mir gerade aus wie genockt. Lol, sorry. Jetzt ist er laut. Aber hier ist noch irgendwo einer. Für ihn noch welche? Ja, die sind hier noch. Hallo? Da. Oh. Weg hier um die Ecke. Einer tippt. Down. Huh. Schön, Leute. Auf geht's jetzt. So, wir haben uns nämlich halt gesehen, ne? Der guckt genau mehr in Richtung. Pushen die? Nee. Hat sie zugezogen worden, Pathfinder. Rechts da eine einzelne. Jetzt guckt doch sogar gerade einer zu. Hm, ich bin hier hoch. Ach komm schon. Jetzt kletter doch da hoch. Du unfähiges Etwas. Oh, wir kriegen einen Drop zu uns. Guck mal einen an. Geil. Guck mal, die gehe ich noch. Guck mal. Guck mal, die gehe ich noch. Guck mal. So, ich steckte mal den Rücken, ne? Steps, ne? Steps von da oder da. Ja, bleib doch da oben. Falls die rauspushen, hast du dann am Rücken. Ich hab nur hier den, äh, rechten Durchgang, ne? Sven. Hm. Ich hab links halb. Ich kann nicht richtig reingucken. Aber die kommen von rechts. Jetzt. Aber dann ist unter anderem nur noch ein Solo-Typ, dann ist der dritte Sport. Geh ich nach? Wieder runtergefallen. Die nähten mich hier. Wie irre. Alle, geh schnell da. Ich komm einfach nicht mehr hoch, alter. Nicht so schlimm. Ich hab den oben nicht gegeben. Ich versuch mal links rum zu laufen. Ich komm mit dir. Einfach rechts rum. Was bitte zusammenbleiben. Hier links unten sind nämlich auch Gegner. Ich hab bei einer Händflush. Da ist aber der 1 Squad. Rechts kommt gleich hinter euch. Sind halt immer noch dort. Ich hab Reload. 3er Team ist bei mir. Der braucht Hilfe. Komm, komm zu uns, komm zu uns. Boah, er hat mich fast mit der fucking Friedenstift. Ich seh noch nichts. Ich kann nicht schießen. Er pre-fired mit seiner Friedenstifter. Legt da auf. Mach wieder runter. Ich lass zusammenbleiben jetzt wieder. Ich wollte sie nur ärgern. Ne, ne. Bleib, bleib. Ihr müsst nicht hinterherlaufen. Ich wollte zwei Seiten aufmachen. Ich wollte nur zwei Seiten aufmachen. Ich wollte nur zwei Seiten aufmachen. Wir haben dann... Ste... Die steppen vor. Einen knocked. Ich hab den Rücken. Einen noch low. Noch einen knocked. Letzter. Hinter uns. Ich hab low. Ich hab low. Goldner Schild. Ach, Quatsch. Stark. Stark. Oder... Oder... Keine Ahnung, wie das gekolt wird. Alles gut. Schild. Aber der war glaube ich schon ein Out of Schild. Zumindest hab ich keine Schildmarker mehr bekommen. Ich hab ihn den letzten Schildmarker gegeben. Ich hab vorher auf ihn geschossen. Deswegen war ich verwirrt, dass du das Schild ansagst. Aber da ist der Sieg, wie Sarah gemeint hat. Nice. Ah, die Prowler... Die Prowler aufgerüstet ist so eine gute Waffe. Ich hab ihre Kräfte gesperrt, das war schon irgendwo, wie ist das Prowler, Ich hab meinem Schild, anflaschen, um Schild, ein Schild, eine Schild, eine Schildbank, und schild anflaschen, dann eben nicht so einen Schildschild.